Ja Leute, was geht? Ich nehme gerade diese Aufnahme zum zehnten Mal auf, weil ich vergessen habe aufzunehmen. Auf jeden Fall, die Wände wurden noch nicht gemacht. Ich weiß, das wird morgen geklärt. Heute ist Freitag, während ich das hier aufnehme. Ich bin live um 18 Uhr. Ich werde jetzt jeden Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr streamen für zwei Stunden. Jedes Mal zehn Spiele, dann bin ich auch maximal konzentriert. Ja, ich habe mein Team verbessert. Team wurde geupgradet. 3,9 Millionen Coins. Ich weiß, ihr wollt mein Team sehen und ich weiß, ich labiere zu viel. Ich werde euch mein Team zeigen, die Taktiken und dann werde ich ein Spiel machen. Dann zeuge ich im Stream weiter und ja, dann geht es ganz normal weiter. Ich habe auch eine neue Kamera gekauft. Ich hätte jetzt auch gerne diese Kamera gehabt. Dann habe ich auch eine bessere Qualität in Zukunft, aber mir fehlt eine HDMI-Kabel. Reicht nicht, dass ich für diese Kamera 830 Euro ausgegeben habe. Es ist einfach kein Kabel dabei gewesen. Ich weiß, es ist nie dabei, aber dennoch, wenn man schon so viel Geld ausgibt, kann auch mal ein verfickter Kabel dabei sein. Dieser verfickte HDMI-Kabel. Verfickte Mikro-OSB-Huge und so. Schaut euch das mal an. Da passen nicht mal Schwänze von YouTuber rein, diese kleinen Pimmel. Na egal, das ist mein Team. 3,9 Millionen Coins. Alle haben in den Kommentaren geschrieben, probiere doch mal mal das. Er ist besser als Salah. Ich bleibe dabei, er ist nicht besser als Salah, wenn du dir auch die anderen Attribute anguckst. Aber weil ihr es seid und das ihr wollt, dass ich es teste, werde ich ihn testen. Ich habe bisher mit Salah jedes Spiel von mir gespielt und ich kann mit Salah brutal spielen. Mit Mardis wird das nicht der Fall sein. Aber der neue im Team ist, der neue Starspieler ist Sergio Cunard Aguero. Argentinische Steakhouse-Building. UEFA Champions League-Karte. Dieser Upgrade. Wants to Watch UEFA Champions League-Karte. Ich bleibe dabei, ich glaube, er wird auf jeden Fall steigen. Ich habe ihn gekauft für 1,2 und er wird auf jeden Fall steigen. Und dann kann ich ihn irgendwann verkaufen und mir die Baby-Ikone von Ronaldo holen. Alle schreiben jetzt, warum schreibt jetzt jeder Baby? Warum sagt jetzt jeder drüber Baby? Keine Ahnung, es hat sich bei den Leuten irgendwie so angestellt. Jeder sagt Baby-Ikone. First-Ikone von Ronaldo. So sieht das Team aus. Jetzt habe ich noch kurz meine Taktiken. Das sind meine Taktiken, also meine Formation. Mit der starte ich meistens. 4, 2, 3, 1. So sieht das aus. Dann habe ich noch diese Formation. Die Raute. So sieht der ganze Scheiß aus. Aber ich muss zugeben, ich habe hier nichts eingestellt. Gar nichts. Was habt ihr eigentlich eingestellt? Schreibt die beste Taktiken mal hin. Vielleicht kann ich auch was ausprobieren. Was zu meinem Spielstil passt. Ihr wisst ja, wie ich spiele. Ja, alle werden das kommentieren. Schaut mir das Video an. Er macht immer die besten Sachen. Okay, wir machen jetzt ein Spiel. Wir versuchen das Video auf 10 Minuten zu strecken. Hoffentlich gewinnt er das erste Spiel. Und ja, dann mache ich meinen Stream ganz normal weiter. Let's go, der Chief Gennario. Bitte ein einfacher Gegner, bitte. Sanit, deine Mutter ist nackt. Let's go, Lan. Und ich muss zugeben, Leute, ich habe Time Finishing noch immer nicht gelernt. Oder dieses Torwart bewegen. Das ist so wichtig. Nächste Woche muss ich das auf jeden Fall draufhaben. Hazard startet durch. Schön. Schön. Steak! Sanit, deine Mutter ist nackt, hat fast Tor gemacht. Hazard. Aber Aguedo ist zu klein. Hazard macht alleine. Verkackt. Aguedo, Steak! Oh, ich muss die Nummern auch wechseln, Digga. Aguedo! 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 Steak House, UEFA Champions League Karte. Steak House! Steak House! Erste Spiel, erster Tor für UEFA Champions League Aguedo. Oh, Aguedo! Messi. Mit rechts. Oh, das war nicht gut. Warte, vielleicht macht er Fehler. Ja, er macht Fehler. Aber nicht gut von mir. Guck mal, was ich mache. Was sucht mein Innenverteidiger da? Was suchst du, Innenverteidiger? Was suchst du noch? Um Titte, deine Mutters Titte, Alter. Stell dir vor, er geht raus. Ich werde ihm einblasen. Oh, Glück gehabt. Guck mal, zu voreilig. Ich bin einfach zu voreilig und dumm. Das war auch dumm. Das war auch dumm. Alles, was ich mache, dumm. Zack, jetzt. Aguedo! Flachschuss! Oh, Mann, ey! Junge Champions League Karte, du bist 1,3 Millionen Coins wert. Mach ihn doch mal rein! Messi. Boné, Messi. Pogba, Boné, Siakoko. Atamada, Mann, okay. Atamada einfach. Irgendwie sind die Flachschüsse nicht mehr so OP. Oder bin ich mir das ein, Leute? Reicht es nicht schon, dass man sich beide Finger bricht beim Flachschuss machen? Und jetzt gehen die auch nicht mehr rein. Oh, Mann, ich spiele so schlecht, Digga. Ich wechsle mal wieder die Formation, gefällt mir gar nicht. Ich muss mal gucken, ob ich über die Flüge kommen kann mit mal alles. Oh, mein Gott. Ich bin so ein dummes Stück Scheiße einfach. 1,1 ist da. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Und weg damit. Und Pogba, du dummes Stück Scheiße. Schön beim Sechser mit Pogba bleiben. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. 1,1. Hazard! Jawohl, das war Glück seinem Vater. 2,0, danke für deine 10 Euro, Tam korrekt. Geh dem Bruder, du dummes Stück Serkern. Ansonsten sage ich, meine Oma, sie soll vom Kölk lernen. Bruder, Daha, Bulama, Digma, alles hef. Adam, Halen, Pex, check your. Ronald, du, check mich, Halen, äh, Kusur, Ronald, was ja nicht so was krasses zieht so. Er regt sich darüber auf, dass er nichts mehr zieht. Ich bin auch so einer, der dann sagt, ey, guck mal, äh, Digga, du bist der Letzte, der sich noch darüber aufregen kann, was Gutes zu ziehen, weil du hast Ronald gezogen, du hast eh schon als Gefekt. Aber, Bruder, wir machen Videos, wir müssen uns freuen. Ragequid, sollen wir noch einspielen, machen wir das Video, weil sonst wird das wieder durch 10 Minuten gehen. Oh, er hat auch Madis gezogen und er hat neben meinem Team. Ich glaube, hier spiele ich wieder die 4-2-3-1. Mit Madis komme ich noch irgendwie gar nicht klar. Ich fühle mich so machtlos, Unresthaler, weil ich will immer wissen, wie die Spieler sind, so wisst ihr, wie ich meine. Nein, spiel nicht, Sterling, ich spiel Madis! Weil ich wieder scheiße verteidigt hab, Mann! Fick deine Mutter, ruft deinen Vater an, du Bastard! Madis mit links. Madis wieder verkackt. Er hat mich wieder gefault, okay. Hier könnte man jetzt was machen. Madis verletzt. Boah, so. Und jetzt mit links. Ich wollte ihn eigentlich weiterspielen. Warte mal. Ich kann gar keine Time-Finish jetzt, Digga. Ich muss das, ich lass das lieber sein. Erst, wenn ich das kann, probier ich das. Aguido, Steakhouse-Building! Steakhouse! Madis? Digga, Madis ist Müll, Digga. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Bam! Was war das für ein Flaschschuss? An der Stelle kommentiert mal, funktionieren bei euch die Flaschschüsse noch? Aguido! Aguido! Oh mein Gott, was ist denn ein Steak? Aguido! Aguido, nicht, nicht! Nicht dein Finishing-Hurensohn! Abo! Was war das für eine Flanke? Das war komplett Müll, aber ich hab den Ball noch. Ich hab den Ball immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch! Ah, Messi! Und? Kannte ihn mit seinem Minikopf, Alter! Starte durch, Bruder! Aguido! Aguido! Zeig, was du bist, du bist! Abschluss gleich minus 10. Schöner Pass von Madis. Diesen Skill wollte ich nicht machen! Ich mach immer Hacke zu Hacke! Wieso macht der so? Digga, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt bei Madis. Guckt ihm mal seine Kondition an, Alter! Was hat der für eine Ausdauer, Alter! Mach, er ist jetzt gut! Schwanz ist ja gut! Wie wär's mit abpfeifen, sie Hurensohn? Jetzt feif nicht ab! Jetzt feif nicht ab! Feif nicht ab! Doch, feif ab! Feif ab! Hurensohn! Nein, feif nicht ab! Feif nicht ab! Feif nicht ab! Doch, doch, doch! Feif ab! Feif nicht ab! Feif nicht ab! Feif nicht ab! 11 zu 7 Schüsse! Er hat einen Schuss! Klasse! Wenn ich dieses Spiel verliere, werde ich meinen Kopf gegen die Wand holen, Digga! Schaut euch das an! Wenn er jetzt so sein Tor macht, ne? Wallah, wenn er so sein Tor macht, Alard! Maris, du Hurensohn! Ich vermiss es, Allah! Ich vermiss ihn einfach! Einfach seine Finesse-Schüsse, wo er zu stehen hat! Maris ist einfach ein Geist! Messi? Flaschschuss? Ach, äh, Finesse? Du, ich findest schon mehr drin! Ja, ich muss das üben, wirklich! Jemappel Pogba! Jemappel Pogba! Schwanz! Digga! Und jetzt macht er bestimmt ein Eckballtor! Sein zweiter Schuss! Und jetzt kommt sein Eckballtor! Passt auf! Irgendwie, irgendwie! Mein Name ist Can, ich bin dumm! Mann! Mares verletzt! Trotzdem mit verletztesem Fuß! Okay! Okay! Willkommen in this club! Er sagt mir, Johnson ist die Kerenbuck! Ich kann das, sagt er! Ich kann das! Okay, tamam! Mares, Fehlpass! Zu viel gelobt! Und sein Mares wird mich jetzt ficken! Unten ist alles frei! Und selber schuld! Ich bin selber schuld! Ich bin selber schuld! Da muss man den Ball wegschießen! Sind nur noch 13 Minuten! Eckballtor, Jungs! Was meint ihr? Nein, zum Glück! Ecke! Noch eine Ecke! Okay! Dann macht er jetzt Eckballtor! Schön, Couture! Boah, den hab ich gut gemacht! Wer ist das ganz unten? Wer ist das? Das ist das Agüero! Agüero! Du kleiner Schwanz, Agüero! Agüero! Messi, Kopfballtor! Pockball hin, Pockball hin! Schneide, schneide, schneide! Der Gegner kriegt den Ball! Oh oh! Oh oh! Sein Mares wird mich ficken! Er macht auch! Boah! Mares! Kein Foul! Digga, Mares hat nicht mal Körper, Alter! Oma Satt! Unten Agüero! Unten Mares! Digga, er kann nicht... Keine Ahnung! Irgendwie... Ich bin nicht so krass zufrieden mit Mares! So, wie wär's mit Abpfeifen, Brodi? Abgefiffen! Wallah, war richtig, äh... War Svanz! War nicht so gut! 14 Schlüsse davon, 9 aufs Tor! Wir haben jetzt das zweite Spiel auch gewonnen! Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so krass mit Mares zufrieden! Das war auf jeden Fall mein Team, Leute! Was sagt ihr zu Agüero? Was meint ihr? War das ein Fehlkauf? Schreibt's in die Kommentare! Wie hätte ich mein Team noch verbessern können? Und was könnte ich jetzt noch machen? Ich hab jetzt nur noch 3000 Köln auf dem Tarot! Also ich finde, ich werde jetzt sparen und irgendwann wieder Salat zurückkaufen für Mares! Und dann irgendwann Baby-Ikone, Ronaldo, Armand & Jackson! Ich wünsche euch viel Spaß bei der Weekend League! Heute ist Samstag, während ihr das Video seht! Ich bin um 18 Uhr wieder live! Ich weiß nicht, wie ich abgeschnitten habe! Wir sind gerade live! Ich stehe hier 2 zu 0! Und ich spiele jetzt weiter! Äh, das Video ist beendet! Ciao!